Mh, 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 lecker. Ein Toast auf die Hannas. Das einzige Bar, das es schafft, im Kompromiss glücklich zu sein. Proceed auf die Hannas. Prost! Man kann doch einer Ostsee mexikanisch ausprobieren. Aber das ist doch nicht das Gleiche. Ja, aber das muss man nicht tun. Aber fliegen ist so schön. Was müsste sich ändern, damit sie zusammenbrechen könnten? Ich müsste mich wahrscheinlich ändern, oder? Oh. Du kannst doch nicht Leute so anflirten und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Das geht nicht. Ich hab dich gar nicht angeflirtet. Natürlich. Ich war nur freundlich. Okay, aber das ist nicht freundlich. Das ist scheiße. Okay. Fitnesscamp? Hardcore? Ist es Hardcore? Sag mal. Ich geh einfach mit Anna schwimmen. Nee. Du gehst jetzt bestimmt nicht schwimmen. Kannst du jetzt nicht klammern. Mach dich jetzt rar. Distanz schafft Nähe. Ja? Komm mir doch mal nach. Wieso? Ich dachte, du würdest vielleicht, dass ich geh. Wie sollst du mich denn verfolgen, wenn du die ganze Zeit neben mir stehst? Ich blick dein Spiel nicht. Doch, doch, doch. Dann komm ich dir jetzt nach. Verzahlt euch! Verzahlt euch! Verzahlt euch! Verzahlt euch! Scheiße, Entschuldigung. Ehrlich gesagt war das jetzt für mich ein bisschen zu schnell. Ich bin ein bisschen überfordert. Für dir ging das schnell? Was machen wir denn jetzt? Willst du dich trennen? Willst du dich trennen? Willst du dich trennen? Nee, willst du dich trennen? Ich finde, wenn Dinge gehen wollen, dann muss man sie auch gehen lassen. Was ist mit uns los, Hensi? Wir sind wirklich total fad. Nein, 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 nein. Hans, so klein. Bleiben wir einfach hier drinnen in unserer Beziehungshöhle. Wir gucken hier jetzt alle mit Beziehungshöhle.